Wie ist uns ein Wasser ein? Lieber Herr Beckstein, Sie haben ein Buch geschrieben, das bei mir zu Hause auf dem Nachttisch ganz oben liegt. Verzeihung. Die Zehn Gebote. Das ist ein Top-Thema für mich als Pastorensohn. Und die Zehn Gebote, was können Sie uns heute noch sagen? Wir wollen Sie jetzt erstmal hier bei BibelTV versuchen zusammenzukriegen. Sie haben Sie natürlich drauf, oder? In der richtigen Reihenfolge. Ich denke, ich kann es noch einigermaßen, ja. Wir haben es da mit zwei Agnostikern zu tun. Wir versuchen es mal und sie beaufsichtigen. Also das Erste der Zehn Gebote, du sollst... Keine anderen Götter haben neben mir. Genau, das ist das Erste. Das Zweite, du sollst nicht... Markus? Der hat bestimmt gestimmt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass, egal was es ist, nicht töten. Das ist auch gut. Ist ein wenig später, aber ist nicht weniger wichtig. Was ist zwei? Vater und Mutter? Da würde ich nur mit vier sagen. Du sollst den Feiertag heiligen, gibt es noch? Drei. Drei. Du sollst dir kein Bild machen. Von Gott. Zwei. Zwei. Ja, sind wir bei zwei. Also dann das, dann... Jetzt kommen die Offizialdelikte. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehebrechen. Ehebrechen? Das ist das leichteste. Schönen Gruß an Seehofer, oder? Das ist das leichteste Gebot, weil man sich das gut merken kann. Ja, ich bin... Sechstes Gebot, Sex. Ach so? Ja, also nicht Ehebrechen. Das sind die Eselsbrücken, die auch ich brauche. Ja, ich bin erst seit Juni verheiratet. Für mich, hängt der Himmel noch voller Geigen. Sie ist schon länger, das wird ja nach hinten raus wichtiger, dieses Gebot, ne? Weiß ich nicht. Wenn man älter wird, dann spielen andere Dinge ja eine größere Rolle als das, würde ich mal sagen. Ja, bei mir auch schon so. Sex. Bin ich durch jetzt. Was haben wir noch? Du sollst Vater und Mutter ehren. Gibt's auch, oder? Das war vier, oder? Vier? Du sollst Vater... Ja. Eben. Nicht nur am Muttertag Fleurob, sondern Vater und Mutter ehren. Das kann man gar nicht... Fünf ist dann, du sollst dich zur Telefünf wechseln. Also als Eselsbrücke. Ja? Das stimmt nicht. Sehr lustig, Herr Blome. Sie sind ja sehr, sehr schnell mitgekommen. Sie waren ja der Erste. Ja, ich hab tagelang an ihrer Tür geklopft. Da gibt's hinten noch dieses, ähm, äh, du sollst nicht, äh, begehren deines Nächsten Weinweib und Gesang. Da ist so... Und das Nächsten Amt, ja. Genau. Und das Haus. Und was haben wir noch? Du sollst nicht stehen, fällt mir noch ein. Aber ich glaub, sonst haben wir es gewesen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Nicht falsch, in der Politik ganz wenig. Nicht falsch Zeugnis reden. Das ist die Gebrauchsanweisung für Politiker und Journalisten. Ja. Also Sie haben ja hier einen herausfordernden Untertitel, Anspruch und Herausforderung. Also von diesen zehn Geboten, die wir mühsam zusammengestoppelt haben, man hat ja gegen das eine oder andere schon verstoßen. Können Sie da was beichten, auch als Protestant? Nö. Welches fällt Ihnen am schwersten? Die Feiertagsheiligung, die hab ich dauernd gebrochen. Das war ein großer Blödsinn. Ich hab gegen fast eigentlich alle... Töten? ...verstoßen, außer bei der Frage der Tötung, da hoffe ich... Aber Ehebrechen war so CSU... Dass ich, ja gut, Luther sagt ja, dass auch böse Gedanken unter Umständen ein Verstoß sind. Und von daher ist es für einen Lutheraner am Reformationstag jetzt sind die... Und da ist... Schönen Gruß an Margot Käßmann. Aber Sie haben nicht gegen mehr gebrochen als der Kollege Blom. Ich meine, er arbeitet bei der Bild-Zeitung. Da ist das fast automatisch. Aber da wird ja nicht getötet. Nee, das ist ja... Aber es werden schöne Fotos gezeigt davon. Von Tötungen? Nein. Wir haben ja auch jetzt nicht nur den Reformationstag, sondern auch alle Heiligen. Was mir so ein bisschen fehlt... Du sollst dich nicht erwischen lassen. Nein, das ist dies, was im Vaterunser vorkommt, die Vergebung. Ja. Ja, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ist das eine Kategorie für Sie, Vergebung auch unter Menschen? Ja, selbstverständlich. Man muss auch vergeben können. Und man hofft darauf, dass auch andere einem vergeben, weil man ja alle möglichen Blödsinn macht. Und dass man nach einer gewissen Zeit Menschen auch vergibt. Vergibt oder vergisst. Auch das kann Bedeutung haben. Also etwas vergessen und ist dann vergeben. Umgekehrt. Etwas vergeben und ist dann vergessen. Sekunde. Ich glaube, da muss ich rangehen. Ja. Stuttgart-Barrin? Ja, Benneken, guten Abend. Ja? Ich würde gerne mit Herrn Beckstein sprechen. Sekunde. Ja? Herr Benneken. Beckstein. Herr Beckstein, Burkhard Benneken, Staatsverteidiger. Zugleich Anwalt des Herrn Muthisari. In Deutschland besser bekannt als Mehmetz. Sie kennen meinen Mandanten. Ja, ich habe ihn auch wiederholt getroffen, persönlich. Hörer ruhig ans Ohr. Genau, ich auch. Ich war gerade in Istanbul bei ihm und habe mit ihm gesprochen. Und wir haben eine Mission vor, nämlich die Rückholung meines Mandanten aus der Türkei nach Deutschland. Wie Sie ja wissen, hat er hier noch eine Ausweisungsverfügung. Und wir möchten, dass er wieder einreisen darf und auch die hier noch offene Reststraße von anderthalb Jahren Freiheitsstraße ihm im Gnadenwege erlassen wird. Und bei dieser Mission haben wir auch an Sie gedacht und würden gerne auf Ihre Unterstützung setzen. Da kann ich Ihnen nicht sonderlich mit dienen. Er ist verurteilt übrigens insbesondere durch auch einen Strafantrag seiner eigenen Eltern, die sich von ihm bedroht gefühlt haben. Und es ist das Normale, dass Strafen zunächst mal abgesessen werden. Ob er dann auf Dauer bleiben kann, ist von den zuständigen Stellen zu entscheiden. Vergebung? Vergebung haben wir gerade. Er soll nicht schlechter behandelt werden, aber auch nicht besser als andere. Genau. Aber man muss sicherlich eine Gesamtabwürdigung vornehmen, Herr Beckstein. Und wenn wir über eine christliche Weltanschauung reden, dann meine ich, gibt es ja auch sowas wie Gnade, wie Nachgeben, wie Verzeihen können. Und mein Mandant hat mir gesagt, dass er heute völlig weg ist von irgendwelchen Straftaten. Und seine Zielsetzung geht gerade dahin, nach Deutschland zu kommen, um hier jugendliche und heranwachsende Menschen von Gewalttaten abzuhalten, mit denen zu sprechen. Und er sagt mir, was ich auch glaube, dass er diese Menschen viel besser erreichen kann als andere Personen, die möglicherweise im Bundestag große Früche klopfen. Jetzt müssen Sie aber den Herrn Beckstein auch was sagen lassen. Also er kommt nach Deutschland. Er hatte eine zweite Chance. Er war ja, nachdem er eine gewisse Zeit in der Türkei war, wo er sich auch tadellfrei verhalten hat. In der Türkei hat er keinerlei Schwierigkeiten gemacht. Aber wie er dann wieder in Deutschland war, hat er leider wieder eine ganze Serie von Straftaten gemacht. Beispielsweise auch seine Eltern so bedroht, dass seine eigenen Eltern ihn angezeigt haben. Das war die Grundlage für eine Bestrafung, die noch offen ist. Und dass er sich der Strafe jetzt längere Zeit entzogen hat, wird ja normalerweise nicht dadurch belohnt, dass man sagt, wer es fünf Jahre geschafft hat, sich vor der Strafverfolgung zu entziehen, dem wird die Strafe erlassen. Das wäre sehr ungewöhnlich, würde auch der Herr Benediken als Anwalt sagen, das würde für andere wahrscheinlich auch nicht gelten. Lieber Herr Benediken, das ist ein bisschen komplizierter, als wir gehofft hatten. Wir dachten es jetzt herzblattartig, dass wir hier eine Zusammenführung herbeiführen können. Es ist in der Schwebe. Wir drücken die Daumen, wir werden das weiter beobachten. Und Herr Beckstein wird nochmal in seinem Buch nachlesen über die Vergebung. Ja? Ja.